Mit diesem Bild nimmt Lotte Laserstein 1928 an einem Wettbewerb teil. Es geht um das schönste deutsche Frauenporträt. Ihr russisches Mädchen mit Puderdose kommt in die Endrunde und wird in einer Berliner Galerie ausgestellt. Laserstein, die als eine der ersten Künstlerinnen überhaupt an der Berliner Kunstakademie studieren durfte, gilt als leuchtendes Talent. Sie porträtiert meistens Frauen, die ein ähnliches Leben führen wie sie selbst, emanzipiert, berufstätig, unabhängig und modebewusst. Modell steht vermutlich Lisa, die Cousine des russischen Untermieters von Familie Laserstein. Während die junge Frau noch die Puderquaste in ihrer kräftigen Hand hält, kontrolliert sie ihre modische Bubikopf-Frisur im Wandspiegel. Eine kleine Alltagsgeste. Die Frisur sitzt, die Augenbrauen sind exakt gezupft, die Lippen sorgfältig geschminkt, der Teint gleichmäßig. All das registriert Laserstein mit einer gewissen Sachlichkeit und malt es gleichzeitig höchst einfühlsam. All das verweisen Sie mit einer Gere様.